Hey, herzlich willkommen zu diesem Online-Kongress Kompass durch den Sturm. Ich danke dir, dass du da bist. Ich danke dir für dein Interesse und ich freue mich jetzt, diese Einladung aussprechen zu dürfen zu diesem kostenlosen Online-Kongress. Es sind turbulente Zeiten, wirtschaftlich, politisch, sozial, gesellschaftlich. Hinzu kommen noch die ganzen Baustellen und Prüfungen, die jeder selber zu bewerkstelligen hat. So auch ich. Vor drei Monaten ungefähr hat es mich richtig durchgewirbelt. Die Welle hat mich erwischt und so. Mal von Grund auf durchgeschüttelt. Was mir da geholfen hat, das war eine klare Orientierung. Ich habe wunderbare Menschen in meinem Umfeld und einen Koffer voller Methoden. Danach war es mir ganz klar, ich muss diesen Kongress organisieren. Und das alles weitergeben. Denn ich denke, es gibt einige Menschen, die jetzt gerade im Umbruch sind. Es gibt viele Sachen, die wegfallen. Wir können vieles loslassen und viele neue Chancen warten auf uns. Und ich bin so dankbar, dass Miri und Carolina direkt mit an Bord waren und gesagt haben, hey, wir machen das mit dir gemeinsam. Und wir haben jetzt sehr viel gearbeitet. Und ich freue mich, jetzt sagen zu dürfen, am 3. Dezember geht es los. Zwei Wochen werden wir gemeinsam eine wunderbare Reise antreten. Jeden Tag gibt es zwei Experteninterviews. So wunderbare Menschen. Also es war mir eine große Ehre und Freude, mit diesen Menschen sprechen zu dürfen. Und jetzt auch es an dich weitergeben zu dürfen. Zusätzlich gibt es jeden Tag eine Live-Einheit, wo wir zusammenkommen werden, um gemeinsam zu arbeiten. Wir sind alle im selben Boot. Und viele von uns haben dasselbe Ziel. Wir wollen jetzt diese Zeit nutzen, um etwas Neues auf die Erde zu bringen. Etwas Wunderbares auf die Erde zu bringen. Und wir laden dich ein, jetzt gemeinsam mit uns und diesen grandiosen Experten Zeit zu verbringen, um genau das Neue noch besser zu definieren, noch klarer zu machen. Mehr zu manifestieren, um stärker zu werden, um das Herz weiter zu öffnen, den Intellekt zu schulen und dieses wunderbare Feld kreieren und dort eintauchen. Ein Anker setzen, ein Anker in der Zukunft, in einer wunderbaren Zukunft. Und dieser Anker, der zieht uns dann ganz automatisch dahin. Es wird wunderbar. Ich bin wirklich begeistert von diesem ganzen Projekt, weil es einfach jetzt schon während der Arbeitsphase eine solche Energie zutage gebracht hat, dass ich dir wirklich zu 100% empfehlen kann, dabei zu sein. Ja, es ist der Wahnsinn. Sei dabei, komm mit an Bord. Ich freue mich auf dich. Miri und Carolina freuen sich auf dich. Alle anderen Experten, Sprecherinnen, Sprecher. Ja, diese ganzen wunderbaren Seelen freuen sich auch. Denn wir kreieren hier gerade die Zukunft. Es ist ein Segen. Aber natürlich sind wir noch gerade im Sturm. Und jetzt braucht es diesen Zusammenschluss, diese Bündelung von Energie, um da gut durchzukommen. Ich danke dir. Wir sehen uns ganz bald. Dein Felix